Moin und herzlich willkommen, Freunde. Was geht? Spieltag, VfL Bochum, SC Freiburg. Es wird heiß, passend zum Spieltag. Meine VfL Bochum-Fahne aufgehangen. Hier bei mir im Garten, wie ihr sehen könnt. Schöner Garten, im Sommer kann man schön grillen. Ich bin heiß, gehe jetzt Richtung Stadion. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Wir brauchen noch 110 Ehrenmänner für 4.000 Abonnenten, das wäre wirklich Ehre. Und für die 5.000, wenn ihr die voll macht, gibt es auf jeden Fall eine Roomtour von meinem geilen Raum hier im Keller. Dann zeige ich euch alles. Schreibt die Preise noch rein für den einen oder anderen, der auch gerne mal streamen möchte, so Vlogs aufnehmen möchte. Seid dabei, ich gehe jetzt Richtung Stadion. Wir sehen uns im Stadion. Bye. So Leute, ich stehe jetzt hier vor der Toilette. Ich weiß nicht, was daran so toll sein ist, aber die meisten wollten das sehen. Ich zeige euch mal die Toilette. Das ist wie Bochumar Toilette. Man muss die Leute ja nicht kennen. Kann man hier hingehen und hier sind Toilette. Ja, halt ganz normale Toiletten. Wie soll das schon aussehen? Wie soll das schon aussehen? Aber ihr wollt jetzt ja unbedingt sehen. Da vorne kann man auch Würstchen. Ja, Würstchen. Hier zeige ich euch auch. Und dann sehen wir uns bei den Getränken wieder. Ja, was soll ich sagen? So ist es hier. Einfach, aber geil. Das ist Tradition. Hier gibt es Speisen und Getränke. Ist natürlich nicht wie in München, aber ist auch geil. Also mir gefällt's. Wie ist die Woche raus, Leute? Hier ganz traditionell, oder? Was sagst du? 8 Euro und 10 Euro. Traditionell, ja. Einfach und traditionell am besten. Glühwein. Keine Empfehlung. So Leute, seid da ehrlich. Zuhause, egal in welchem Stadion traut, ist es noch am schönsten. Geil. Willkommen bei VfL zuhause. Willkommen zuhause. So Leute, kurze Info zum Spielen. 20.000 Gassen sind verkauft. Es ist noch ein bisschen leer. Der eine oder andere kommt bestimmt noch. 2G-Regel hier in Bochum. Mittlerweile schönes Wetter. Ein bisschen kalt, aber das Spiel macht es heißer. Mein Tipp ist 3-1 Bochum. 2G-Regel hier in Bochum. 2G-Regel hier in Bochum. Wie bist du? Ja. Und spielst du Fußball? Ja. Wo denn? Ja, Tag Coesfeld. Coesfeld? Das ist aber ganz schön weit weg. Was für eine Position? Torwart. Torwart. Jetzt kommt die Frage, wer ist dein Lieblingsspieler in der VW? Manuel Riemer. Das kommt nicht überraschen. Unsere Raskonti ist da ein Start mit den Tipps immer super richtig. Was nimmst du denn heute für die Partie Bochum gegen Freiburg? 2-0. Als erstes sind wir ins Rennschicht, wie immer wir unsere Mannschaftsaufstellung presentiert von unserem Autosport-Zollon Vonohia. Mit der Nummer 1 sind unser Stefan Barue. Viva. Die Marika Nilo. Viva. Mit der 4 Erhan. Viva. Hier hat unser Kapitän Antony. Viva. Mit der 10 Takuma. Viva. Die 16 Konstantinos. Viva. Mit der 17 Gerrit. Viva. Mit der 20 Elwes. Viva. Mit der 24 Vasili. Viva. Mit der 38 Eduard. Viva. Mit der 40 Sebastian. Viva. Mit der Trainer ist Thomas. Viva. 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 Beiszlich und Beis Cage! Beisongoali aesthetic Noch einePHOIS, der R Bö там Foto Junge Das Bö oder お願いします D So, wie immer nehmen wir Anstoß mit. Richtig und wichtig. Ich sehe das schon, Alter, wieder so ein schlechter Schiedsrichter. Gefährlich, Mann, 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 Mann. Kürz, 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 Kürz. Ich froh, da gehen wir in Gehen. Jetzt koppelt doch! Toto! 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 Schar! Toto! Stark! 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 Eigene Mann, der eigene Mann. Ich bin gespannt, was er in der zweiten Saison kommt. Die zweite Halbzeit hat begonnen. Auf geht's. Oh mein Gott. Erste Koalition in der zweiten Halbzeit. 1-0, 3-4, 50 Minuten. Das darf nicht passieren. Aber die Hände sind da. Alle, 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 alle. Alle, alle, alle. Ja, 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 ja. Die zweite Halbzeit hat er in der zweiten Halbzeit. Nächste Koalition in der zweiten Halbzeit, Sebastian. 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 Oh mein Gott. Oh Mann! Das Gorker braucht nichts, sorry! Die Stürmer Das ist ein wahre Fett! Jaaa! Die Bahn! Jaaa! Die Bahn! Mein Sieg! Das ist ein wahre Fett! Die Bahn! Die Bahn! Die Bahn! Die Bahn! Die Bahn! Die Bahn! Ohne Scheiß! Was gibt's für einen schöneren Abgang als diesen, oder nicht? Schönster Abgang, Herbert Grünemeyer, raus aus dem Stadion. So Leute, ich hoffe dieser Vlog, dieses Spiel hat euch gefallen. 2-1 Sieg, sehr wichtig. Wir sehen uns hoffentlich in Augsburg wieder, wenn nicht, dann wieder hier zu Hause. Ich wünsche euch noch schöne Tage, lasst Liebe da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich küsse eure Herzen, haut rein, ciao, ciao. Ruhe der VfL!